Sie sind schon länger auf Immobilien suche und haben jetzt endlich Ihr Traumhaus oder Ihre Traumwohnung gefunden und wollen die gerne kaufen. Die Immobilie ist Ihnen aber zu teuer. Und jetzt fragen Sie sich, wie mache ich das denn, dass ich das Haus oder die Wohnung für einen günstigeren Preis kaufen kann? Wie bekomme ich den Eigentümer oder den Makler dazu, mit dem Preis runterzugehen? Vielleicht fragen Sie sich aber auch, welcher Verhandlungsspielraum ist denn in dem ausgeschriebenen Objekt überhaupt einkalkuliert? Ab welchem Preis ist es wahrscheinlich, dass ich den Zuschlag für diese Immobilie bekomme? Und wie hoch ist die Gefahr, dass mir ein anderer interessentes Objekt wegschnappt, wenn ich anfange zu verhandeln? Mein Name ist Richard Nietzsche. Immobilienpreisverhandlung ist mein tägliches Geschäft. Ich bin seit über zehn Jahren Immobilienmakler in Frankfurt und ich stehe normalerweise auf der anderen Seite. Als Immobilienmakler bin ich der Vertreter des Verkäufers und insofern Ihr Gegenpart, also Ihr Verhandlungspartner, wenn Sie das Haus kaufen wollen und anfangen, in die Verhandlung einzutreten. In meinem Kurs dürfen Sie mir einmal in die Karten schauen. Ich zeige Ihnen, was auf der anderen Seite vorgeht. Ich zeige Ihnen, wie Sie Ihre eigene Verhandlungsposition einschätzen und wie Sie schnell erkennen, ob es hier Sinn macht zu verhandeln. Ich zeige Ihnen die Zeichen, an denen Sie erkennen können, dass der Verkäufer oder der Immobilienmakler hier grundsätzlich verhandlungsbereit sind und mit dem Preis runtergehen würden. Ich gebe Ihnen Hinweise, wie Sie die Verhandlung aufziehen, wie Sie den Preis richtig setzen, wie Sie das Angebot richtig unterbreiten, sodass Sie Ihre Chancen maximieren und den Eigentümer bei der Verhandlung nicht vor den Kopf stoßen. Wenn man Immobilienpreisverhandlungen einmal verstanden hat, wenn man das System verstanden hat, dann ist es eigentlich ganz einfach. Mit den Insider-Infos, die ich Ihnen hier an die Hand gebe, können Sie vielleicht sogar Interessenten ausstechen, sogar wenn diese mehr bieten als Sie. Die erfolgreiche Immobilieninvestoren wissen, es kommt nicht nur aufs Geld an, es kommt auf die richtige Kommunikation und das richtige Timing an. Was das genau heißt, das lernen Sie hier. Jedenfalls werden Sie Ihre Chancen, den Zuschlag zu erhalten, auf jeden Fall erhöhen. Bleiben Sie also dran und hören Sie mir weiter zu, das wird sich für Sie lohnen.